Jodeln ist ein weltweites Kulturphänomen. Es hat Ursprünge in der bukolischen Landschaftsmusik. Jodeln hat eine tiefe Tradition in vielen Kulturen dieser Welt. Aber diese Tradition muss aktualisiert werden. Sie muss gelebt werden mit Leidenschaft. Und so kann auch Sakura Kitagawa ihre Leidenschaft auf die Bühne bringen. Nicht nur, dass sie in hoher Kunst das Spiel zwischen Brust- und Kopfstimme beherrscht. Nein, sie weiß auch mit Humor und Ironie diesen authentischen Ausdruck immer wieder auf die Bühne zu bringen. Ich wünsche mir, dass wir viele Gelegenheiten haben, gemeinsam dieses Spiel und diese Leidenschaft im Gesang gemeinsam zu erleben.